Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJoecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Update aus dem Redstone-Stern zusammen mit RGB Pixel. Grüß dich. Hallo. Wir haben ein paar neue Sachen. Fangen wir mal an mit den ersten Sachen und zwar von Mavleach aka TheTcraft aka schaut mal auf YouTube vorbei. Ich hoffe, ich denke daran einen Link in die Videobeschreibung zu packen, gibt es zwei Item Models und zwar einmal diese Alpha Wand. Das ist ziemlich nice, denn hier ist ein Item Frame an einer Stelle und da ist eine Map drin und die Map rendert diese Alpha Wand. Okay, das ist irgendwie witzig. Ich finde das sieht extremst nice aus, oder RGB? Das sieht mega nice aus. Vor allen Dingen die Animation ist auch übelst gut gelungen, dass sich das so auch richtig bewegt. Also man hat den Eindruck, als ob das eine richtige World Border ist, die hier ist. Aber nein, das ist keine World Border. Wir haben noch einen witzigen Nebeneffekt und zwar wird Glas dadurch nicht gerendert. Also alles, was kein Glas ist, wird gerendert, aber Glas wird nicht gerendert. Also deshalb schwebt plötzlich hier ein Item im Void. Aber ich finde, das ist cool, oder? Das sieht ziemlich witzig aus, auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann man vielleicht irgendwas machen. Auf jeden Fall. Wenn man zu weit weg geht, seht ihr, dann verschwindet das. Aber gut, das liegt halt an Minecraft. Ist aber nicht so schlimm, das macht es halt performanter. Und es gibt ein weiteres Ding und zwar den TIE Fighter, den wir hier haben. Ist das ein TIE Fighter, oder? Habe ich mich jetzt vertan? Es ist ein TIE Fighter, ja. Okay. Die werden, wir werden noch eine zweite Animation brauchen, wo hinten das Triebwerk aus ist. Und das Besondere bei dem TIE Fighter ist, dass wir den auf ein Snow Golem packen können. Beziehungsweise, der steht auf einem Snow Golem aktuell. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten Feinde habe, Enemies, dann fängt der TIE Fighter an, die abzuschießen mit Schneebellen. Und die Schneebälle müssen wir jetzt einfach umwandeln mit dem Texture Pack in Laserblitze und eh voilà. Finde ich geil, oder? Das wird richtig cool. Warte, 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 warte. Vielleicht kriegen wir das hin, Leute. Ich will mal eben was ausprobieren. Sekunde. Wir könnten hier sogar eine, hier, hier ins Dock vielleicht, im Dock vielleicht einen rumlaufen oder in irgendeinem anderen Dock rumlaufen lassen von der Rebellion und dann fliegt der hier im Dock rum und das schießt auf den. Auch eine Möglichkeit. Ähm. Ich will mal was ausprobieren. Ist gerade, ich habe gerade eben Pause. Ähm. Also. Warte, äh, verändert sich das? Also. Ich führe ein Befehl bei, bei dem Schneeball aus und sage, ich möchte gerne an der Stelle den Komposter-Effekt haben. Und zwar, äh, gerne so einmal an dieser Stelle. So, okay. Ist drin. Und wenn ich jetzt diese Technik anschalte, mal gucken, was passiert. Oha. Oha. Ja. Ja. Das geht in die richtige Richtung. Ein bisschen, ein bisschen mehr, als man sieht. Achte. Was, was hältst du da von RGB? Das ist jetzt witzig, aber tatsächlich, wenn wir das ummodellieren zu einem Laser, dann sollten wir es echt beim Laser belasten, weil in Star Wars die Laser Projektile sind. Hinterfrag das nicht. Ja, okay. Okay. Das ist weird, aber. Okay, ich will noch was ausprobieren. Und zwar. Ne, einfach mal ein Experiment. Data Merge Entity. Ich frage mich gerade, ob wir Invisible 1b, ob wir den Schneeball unsichtbar machen können. Dass, dass gar kein Schneeball mehr gerendert wird. Nee, der Schneeball bleibt da. Okay, wir können den Schneeball nicht unsichtbar machen. Das wäre, wäre zu leicht gewesen, wenn wir es so hätte machen können. Invisible. Ist halt auch schon richtig geschrieben. Hm, schade. Schade. Okay. Also, das heißt, wir müssen mit dem Texture Pack das Layout des Schneeballs bearbeiten, dass der aussieht wie ein grünes Projektil. Random. Okay. So. So viel zu den Sachen. Jetzt haben wir ganz viele Zombies hier. Kill at E-Typ gleich Zombie. RGB ist gerade dabei, den Hangar zu bauen ein bisschen. Wie sieht es da aus? Erzähl mal. Ja. Ich habe hier ein paar Säulen gebaut. Das war's. Okay. Unspektakulär. Hört sich's an. Ist aber tatsächlich. Ich finde, das sieht gut aus. Also, dieses Säulendesign passt einfach zu diesem dicken, prächtigen Hangar. Und das ist aufwendiger, als ihr denkt, Leute. Einfach mal so eine Säule zu entwickeln, damit die auch wirklich gut aussieht. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Säule findet. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir hier irgendwie noch einen Lift reinbauen wollen. Sollten. Und der Lift hebt dann langsam ein Schiff an. Zum Beispiel, keine Ahnung, den Falken, wo dann Luke schnell hier reinrennt, während Obi-Wan Kenobi hier von Anakin getötet wird. Alles klar. Jetzt möchte ich noch was ausprobieren, Leute. Ich habe eine witzige Idee. Hm. Und zwar. Ich zeig das mal. Ich zeig das auch mit den Zuschauern. Ich glaub, die wollen das auch mal drauf interessieren. So sieht das aus, wenn man so einen TIE Fighter modelliert per Command. Wir haben den Snow Golem. Auf dem Snow Golem drauf sitzt ein Armor Stand mit dem TIE Fighter Model, was TIE Craft, also known as Mav Leech, entwickelt hat. Halleluja. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich dieses Model nehme und ich packe unten drunter eine Bat. Eine Bat. Und packe auf die Bat dieses Model drauf. Die Bat bekommt die gleichen Tags. Außerdem mache ich die Bat unsichtbar. Ich glaube, einige wissen schon, worauf es hinausläuft. Die Bat ist noch leise und unzerstörbar und soll nichts droppen, wenn sie stirbt. Und fertig. Fertig. So. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter nach draußen. Baue hier einen Command Block hin. Mit dem kann ich die Bat über dem Command Block einfügen. Und. Und. Tjub, 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 tjub. Guck mal aus dem Fenster. Tjub, 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 tjub. Können wir denen später eine Route vorgeben, die sie fliegen müssen? Ja, ja, die werden später eine Route fliegen. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen random, weil wegen der Bat. Aber. Aber der Effekt ist übelst, oder? Das ist sehr cool, ja. Wenn die hier so rumfliegen und auf die Zombies schießen, okay. Und die Zombies runterschießen. Also mir gefällt das. Das ist jetzt nur ein Experiment gewesen. Also später sollen. Also bei dem Hangar werden wir das vielleicht machen, dass wir Animationen machen, die immer typisch sind für. Wir können Phantome nehmen. Stimmt, wenn wir Phantome nehmen, fliegen die ein bisschen. Oha. Okay, warte. Will ich ausprobieren. Menschen haben recht. Phantome. Lass uns Phantome nehmen. Was passiert, wenn ich das mit einem Phantom mache? Aber Phantome schießen ja nicht, sondern fliegen eher so auf den Gegner zu, ne? Ja. Ist doch gut. Ist doch super. Ist doch eigentlich genau das, was wir haben wollen, oder? Ich will wissen. Wollen wir Kamikaze-Bomber? Ja. Ich will jetzt erstmal wissen, was passiert, wenn wir einen Phantom nehmen. So. Gar nichts. Offensichtlich. Obwohl, ne, warte mal. Jetzt hat, ja, warte mal. Wir müssen das Item mal eben wieder bearbeiten. So ein Bug. Da ist ein Knopf in dem Hangar beim Command-Block. Kannst du den einmal drücken? Ein Knopf am Command-Block, ja. Drück mal. Perfekt, danke schön. So, nächster Versuch. Ja, das ist definitiv dynamischer. Die Phantome fliegen dynamischer als die, äh, Ratten. Die Fledermäuse. Aber man sieht die grünen Augen dort, also das finde ich nicht so schön, dass man die grünen Augen sieht. Und die haben Partikel, die Phantome, weswegen wir sie nicht nehmen. Also, meine Überlegung, Leute, ist für so einen Hangar, zum Beispiel den großen Hangar hier, dass wir hier mehrere Animationen stattfinden lassen. Zum Beispiel können wir es machen, dass wir ein Schiff hier abheben lassen, ähm, in dem hier unten ein Schiff hochgefahren kommt und das Schiff fliegt dann hier hin und fliegt dann raus aus dem Hangar. Das wäre eine Animation. Dann, äh, machen wir dann noch eine zweite Animation und zwar, wie dieser Hangar angegriffen wird. Also, dass plötzlich Schiffe hier durch die Wand reinfliegen und, äh, dann kommen hier TIE Fighter und es findet dann in diesem Raum hier ein kleiner Kampf statt zwischen den Luftschiffen. Das finde ich schon echt nice. Also, wenn du dir das dir vorstellst, dass hier so ein paar Luftschiffe herumfliegen, sich gegenseitig dann attackieren und, ja, irgendwann gewinnt dann eine Partei und dann verschwinden die TIE Fighter wieder. Ist cool, oder? Das könnte cool sein. Wir könnten dann sogar machen, dass vielleicht hier irgendwelche Sachen kurz in Brand geraten, weil die daneben geschossen haben oder sowas. Genau, die können ja kaputt gehen und, ne, aber die, die Animation wird immer per Zufall getriggert, wenn man in den Raum reingeht. Also, ihr Lieben, das ist aktuell Status Quo des Redstone-Sterns. So langsam belebt er sich ein bisschen. In den Livestreams, äh, ist RGB grad dabei, das Design ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich bin ein bisschen dabei, an der Bahn zu arbeiten, die hellschwer ist. Sobald sie fertig ist, lasse ich es euch wissen. RGB, wie sieht es bei dir aus? Gibt es bei dir auch mal eine Folge zu, ähm, Progress und solche Sachen? Ich denke mal, wenn ich so mit dem Grunddesign hier fertig bin, wenn ich ein bisschen was zeigen kann. Ja, ich glaube, auch wenn du in die Detailarbeit gehst, also zum Beispiel mal so einen Schaltraum einbaust oder so. Ja. Wir sind grad dabei, erstmal den Großteil hinzukriegen und dann gehen wir jetzt immer tiefer ins Detail und, äh, bauen so langsam den Stern zur Perfektion. Aber auch ein Projekt, was sich jetzt über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch verstrecken wird. Es ist, gibt immer was zu tun. Richtig, es ist ja eh kein, kein Projekt, das wir so permanent bringen, sag ich mal. Ja. Und dann, es ist auch noch viel Aufwand, von dem her wird sich das schon strecken. So ein bisschen wie All The Bots. Genau, aber ist auch besser so, weil, äh, wenn wir jetzt hier richtig reinsuchten, dann haben wir irgendwann keinen Bock mehr und so. Wenn man immer ein bisschen macht, dann bleibt der Spaß. Und es ist noch so viel zu tun, Leute. Wir sind grad mal auf einer Ebene in diesem Stern und, ah, ich freu mich auch später, wenn wir irgendwann an die Stelle kommen, wo wir so Star Wars-spezifische Sachen einbauen, wie die, den Gefängnistrakt, wo Leia sitzt, wo dann auch die Rutsche ist in den, ähm, Müllschacht, etc. Ich glaube, das wird nice an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Tschüss.